So meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge WAST und zwar mal wieder zusammen mit Darlucard, den habe ich hier zufällig auf dem Server getroffen. Hallo, ich bin immer noch da. Also wir haben ja uns das C4 jetzt geholt, den letzten Rest und wir sind kurz vorm Nachtende. Hat sogar Gott sei Dank geklappt, weil es blöderweise nicht allzu weit weg ist von hier. Nacht ist aber jetzt gleich vorbei und das ist alles C4, was uns die Jungs letztens vorbeigebracht haben. Und das werden wir jetzt hier benutzen. Jetzt machen wir ein bisschen Remy-Demy. Okay, das ist jetzt aber riskant. Du entscheidest links oder rechts. Warte, warte, warte. Ich muss mir das erst mal vor Ort angucken, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Also links ist schon mal eine Kiste drin. Zweimal links lohnt, glaube ich, schon nicht mehr. Ähm. Ach, das Ding ist Gott sei Dank nur ein breit. Nee, da gibt es eine Ecke, wo das Haus zwei breit ist. Oh Gott. Nimm mal, ähm, in den MNU und raus bist du und dann mal links. Wenn es eine Scheißidee war, dann war es deine Idee. Du hast mich unter Druck gesetzt. Nee, ich glaube, der Jackpot ist der Doppelte. Ja, dann... Das Haus ist an manchen Ecken zwei breit, weißt du? Mhm. Ja, das ist eine Vermutung wert. Sonst hier drin, hier, die, die Rechte hier, so. Weil links, wenn wir links gehen würden, dann wird ja nochmal gleich eine Tür kommen. Ja, stimmt. Von außen ist dann nochmal eine Tür, da wird ja nicht den besten Kram. Ja, sonst hier. Dann musst du aber da rauskommen. Achso, ja. Weil das mit dem C4 wird sonst sehr knapp. Ich muss das hier anbringen und selber wieder rauskommen. Ja, lauf. Noch einmal brauche ich dann. Das ging sofort. Scheiße, noch eine Tür. Ja, ja, klar. Hast du den ganzen Türrahmen weggesprengt? Ist der Doppelte hier schon hinter? Nee. Da sprengt er hier einfach den Türrahmen weg. Hier hinter ist was. Aber er scheint offen zu sein. Ist der mit anderen? Muss ich mal kurz schauen? Ja, ja. Ach, hier ist... Guck mal, hier ist gar kein Raum hinter. Hm, was? Ach, da bist du. Der einzige Raum ist hier und der ist auf. Das heißt, er hat gar keinen doppelten Raum. Das heißt, entweder ist unter... Nee, einen Turm haben das Ding auch nicht. Also irgendwo müssen die ihre Sachen drin haben. Entweder hier im letzten... Oh Gott, jetzt bin ich eingesperrt. Ah, doch, ich hab's raus, ne? War's nicht das, wo du rauskrabst? Nee, ich bin auf der anderen Seite raus in so ein Loch gefallen. Steck's ja jetzt aber nicht fest, oder? Nein, dann müssten wir gleich kurz cutten. Dann kann ich kurz den anschreiben, der mich hier rausholt. Wir cutten eben, ja? Das geht ganz schnell. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Allzuviel haben wir nicht verpasst. Ging Gott sei Dank relativ schnell. Die Connection macht's. Jaja. Moment, ist das hier schon die Ebene, wo wir rein sind? Nein. Und... Oh, was ist denn dann wohl hier hinter? Ja, aufspringen, reingucken. Auf der Seite ist nix. Nein, nein, auf der Seite ist nix. Und auf der... Auch nix. Hier ist nix hinter. Das wäre unnötig. Das heißt, wir können unten nur weitergehen. Aber nicht wieder in ein Loch fallen, ne? Hier. Also, wir gehen unten weiter. Ich mach, ähm, ich sprenge. Achso, machst du jetzt wieder die Tür, wo wir eben schon dabei waren? Ich hoffe, das reicht. Ich krieg Splitter ab. Noch eins. Oh. Kommt da jemand? Nee. Wie kommst du denn darauf? Schritte gehört? Nee, das war meine. Ich bin wieder rausgegangen rückwärts. Weil ich dachte, du wärst schon durch. Hier haben wir Metall-Sachen. Das ist gut. Ich glaub, Metal-Doorway hab ich nämlich noch nicht. Ja, und hier ist nix mehr. Ja, aber Metal-Doorway ist schon mal gut. Zum Lernen. Metal-Ramp. Oh, geil. Der hat gutes Kram gehabt zum Lernen. Das war praktisch. Ach, das Essen kann er behalten. Aber die Feuerbeutel nehm ich mit. Schön, Metall-Kram. Dann können wir die anderen aber auch noch aufsprengen. Weil hier ist auch noch ne Doppelkiste hinter. Aber ich glaub, das wird nicht der gute Loot sein. Ach, mal rauf. Ach, Mann, das sind ja mal zwei. Ich vergesse das dauernd. Dann, oh. Und hier, ja, hier ist der Standard-Shit drin. Den er immer gesammelt hat. Starter-Kids und so. Alles klar. Aber wir haben Metall-Zeug gelernt. Metal-Doorway, Metal-Window und Metal-Rampe hat er dabei. Und das find ich sehr praktisch. Aber wir müssen jetzt, glaub ich, weiter in diese Richtung. Wo genau willst du jetzt eigentlich hin? Am eigenen des Hauses. Ah ja, okay. Und dann weiter nach Hütten Ausschau halten. Sowas hier, wo wahrscheinlich nix drin ist. Ach so, lol. Das ist ne Admin-Hütte. Der hat dann Sticky angebracht. Das strömt die ganze Zeit. Finger weg, Finger weg. Scheiße. Lustig. Ja, ist ja egal. Oh, Mann. So, was haben wir denn hier noch so? Ich weiß nicht mehr. Ein bisschen hab ich die Orientierung nur verloren, was die Stadt angeht. Weil ich weiß nicht, wo genau die beiden Häuser waren, die wir auf dem... Obwohl... Könnte... Oh, da hinten steht, glaub ich... Oder ist das ein Felsen? Ach nee, ist ein Felsen. Schade. Ich dachte, da steht jetzt direkt am Horizont... ...steht eine riesige Hütte. Da unten ist ne Stadt. Ne, das ist... Hier ist die Stadt. Oder? Ist das die Stadt? Oder ist das nur irgendwie... Und wir sind diesmal auf der anderen Seite. Also, ähm... Wir müssen hier einmal runter. Jep. Es geht. Ja, ja, hab ich auch grad gemerkt. Ich glaub, da hinten ist noch ein Turm oder sowas. Das ist jetzt, ähm... Wenn wir uns jetzt Richtung Stadt begeben und dann die Seite wechseln, also die Straßenseite, dann sind wir ungefähr wieder da, wo wir, ähm, erschossen wurden. Hurra! Da kommen Erinnerungen hoch. Unbedingt sterben wollte ich jetzt nicht, weil wir ne Metal Ramp gefunden haben. Hat sich natürlich schon gelohnt. Das hier? Ach nee, Felsen. Kann man bald anfangen, Häuser aus Metall zu bauen. Und dann bist du sicher. Äh, rote Tiere. Und, ähm, da gegenüber die Häuser. Waren wir da vorbeigerannt oder wollten wir da schon rein? Äh, gegenüber heißt? Ja, auf deiner Seite der Stadt siehst du da, dass das doch schon ein Gebäude ein großes ist, was zwar noch oben heute offen ist. Ach da, ähm, ich glaube, da sind wir nur vorbei. Ich laufe jetzt dahin. Voll geht ja unauffällig. Den Airdrop wollte ich noch mitnehmen, wenigstens. Und in der Zeit kann man da sicher noch einmal sprengen gehen, aber dann brauche ich, äh, offscreen ein bisschen Metall, was wir sammeln müssen. Ach, hier ist ja wieder radioaktiv, ne? Ich geh mal außen rum. Ich glaube auch, das ist die, äh, am wenigst gefährlichste Radioaktivität. Ach so, nur denn. Nun laufe ich mal durch. Obwohl, ich könnte mich auch einfach kurz umziehen, dann würde es ja auch was bringen. Quatsch. Nee, lieber Kevlarn haben. Also ich bin jetzt durchgerannt und hab 100. Ach, 50. Ja, gut, 60. Ach nee, 70. Scheiße. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Das war die Hütte, wo ich dir Rückendeckung gegeben habe, oder? Nee, die war, oder? Ach, weißt du, wessen Hütte das ist? Von dem, wo wir einen getroffen haben. Hier wurden sie von einem Bernd verfolgt. Ach stimmt, das war doch hier der, der Neo-Kollege war das doch. Oh, da ist er. Er ist da, er ist da. Neo ist auch drin. Ach, stimmt. Wir müssen die Hütte brauchen Medikid. Ja, warte. Er hat keine Fenster, glaube ich. Willst du Medikid haben? Nee, nee, ich hab mich selber geheilt schon. Okay. Er hat keine Fenster im Haus, das heißt, ich werde mich kurz heilen. Hm. Ja, heilen lassen, in Anführungszeichen. Wo war der oben? In seinem Haus drin, ich wollte gerade reinspringen, sozusagen. Oh. Ähm. Aber diesmal, wir haben ja gesagt, wenn er uns das nächste Mal sieht, soll er schießen. Hat er gemacht, ganz ohne Zweifel. Wo ist er? Scheiße, der ist ja irgendwo. Im Haus. Ja, der ist irgendwo, der sieht mich auf dieser Seite, glaube ich. Also weißt du, was ich mache? Ich mache ein bisschen Terror. Wo bist du denn? Du bist immer noch hier, ne? Sollen wir dich in Ruhe raiden oder was? Sollen wir dich in Ruhe raiden oder was? Ach, du raidest auch? Ja. Ja, aber ich will da rein. Ja, aber das wissen wir doch erst, wenn wir euch getötet haben. Wie wollt ihr da raus? Ausloggen. Ja, überlegen wir uns noch was. Ausloggen, ey. Dann lege ich euch da ein paar Fallen rein. Auf jeden Fall zwei. Kannst du ein bisschen das Haus, kannst du näher ans Haus rangehen? Ja, ich gehe da rein. Weil du hast eine Nahkampfwaffe. Ich habe die Sniper. Und die sind da jetzt drin, ne? Ja, die kommen da auch nicht raus. Okay, gut. Hört ihr mich noch, Jungs? Ja, ja. Was habt ihr gefunden? Komm, teilt doch wenigstens mal eure Infos. Was wir gefunden haben? Ja, ja. Was war da so drin? Ja, geil. Darum geht es jetzt hier. Das wird jetzt der Kampf. Ist dein Kumpel schon ausgelockt? Nee, nee. Komm ja nicht die Treppe runter. Kennt ihr wenigstens den Hausbesitzer, wenn ihr sowas schon macht? Du vor dem Haus? Hm. An der offenen Seite, ja? Ähm, warte, warte, warte. Offene Seite? Du meinst da, wo die... Da, wo man reingucken kann? Ja, ja. Hm. Okay. Das bin ich. Ihr seid da drin ganz schön gefangen, Leute. Das ist nicht so schlimm. Pff. Ja. Du hast den Eingang weiter im Blick? Ja, ja. Die sind unten drin, sind die, ne? Na, wenn einer hochkommt, dann, äh... Verbrück. Ah, scheiße. Riskiere nicht so viel. Nee. Bist du tot? Nee, bin nicht. Denk an die Medikids. Du hast Medikids von mir bekommen. Ja, warte, ich muss erst mal hier... Scheiße. Wie bitte? Wir haben keine Waffen. Mach uns in Ruhe. Der hat gerade geschossen. Wieso schießt der dann auf uns? Ohne Waffen? Achtung, der guckt da runter. Habt ihr Glück gehabt. Ich hatte einen Blindgänger drin. Einer hat gesessen. Braucht ihr Medikid? Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Ich spreng ihn da jetzt auf ein Loch rein. Halt die weiter da vorne. Wo sprengst du? An der Seite bei denen. Ich guck auf die Treppe hier. Warte. Ah, Mist. Ich dachte, er kommt da raus. Der lauert da die ganze Zeit auf der Treppe, der... Mann. Hast du gesprengt? Warst du das? Ich komm gleich rein, ja. Guck auf die Treppe, bitte. Ich guck auf die Treppe. Der guckt da immer so vorbei. Die haben auch zu viel gelegt. Die wollen sich den Ausgang sprengen. Oben raus? Ja. Okay. Ja, die gehen gerade oben raus. Scheiße. Guck du, war trotzdem auf den Eingang. Guck oben. Warte, die sind jetzt ganz oben drauf? Ja, ja. Guck du auf den Eingang. Leute, ihr könnt doch das Haus nicht auseinandern. Riskiere nix. Nee, nee. Ich muss erst mal nachladen. Steht der ja immer noch. Wenn du keine AP mehr hast, versteck den den ganz Medikip. Nee, nee, alles gut. Ich glaub, der steht da, oder? Der soll mal rauskommen. Also ist doch nicht so schlimm. Oh Markus, was essen sie so so reich. Es wird noch größer und schöner. Das ist wunderschön. Den einen habe ich richtig einen mitgegeben. Ich spreng den jetzt die Decke weg. Ich spreng den jetzt die Decke weg. Du hast den Eingang noch? Ja, warte. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Obwohl, ich müsste eigentlich näher ran. Ja, ich habe die Treppe hier immer noch. Boom. Hoffentlich erschieße ich nicht versehentlich dich. Ich glaube, die kommen gleich oben aus. Ich müsste jetzt oben raus. Ja. Der ballert von oben. Der hat noch eine Wand ran gesetzt. Oder? Oh Mann. Scheiße. Ah. Ja, ziehen. Du bist aber nicht draußen, oder? Nee, nee. Der steht noch da oben. Der traut sich noch nicht nach unten. Warst du das? Ich habe keine Shotgun. Okay. Wo sind die denn? Ich glaube, einer ist runtergekommen. Wo stehen die beiden denn? Ich sehe ich. Ich glaube, ich gehe mal andersrum. Weil die warten, glaube ich, jetzt darauf, dass ich von der Seite komme. Ich gehe mal andersrum. Einer läuft da drin auf jeden Fall noch rum. Mann, wo ballern die denn? Warte. Hatte ich sehen. Mann, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Fuck. Der war nicht schlecht, Kumpel. Ich gebe mein Bestes. Also nachladen. Ich komme jetzt raus, glaube ich. Ah, kacke. Hat mich gut mitgesilmt. Nee, schieße noch von oben. Soll ich mal rein? Nee, das wäre eine blöde Idee. Nein, du kommst leider von da nicht rein. Ach so, okay. Aber jetzt haben die eine Wand davor gesetzt. Die mauern sich wieder ein. Das gibt es doch nicht. Zack, stand da eine Wand. Schieße noch von da. Wir dürfen nicht beide auf derselben Seite sein. Nee, gehst du rüber? Ich bin rüber, ja. Ich bin auf der jetzt offenen Seite. Ich versuche, ein bisschen Meta zu gewinnen, damit ich snipern kann. Ich habe ihn, glaube ich, sogar erwischt. Nicht sterben, nicht sterben. Nein, ich habe noch 100 Dingens hier. Wer ist das? Gesundheit. Sehr gut. Ich bin gut im Weglaufen. Das kann ich total gut. Kumpel, zeig dich, ich will auch mal jemanden... Oh, was brennt da? Ich glaube, die haben gerade eine Fackel angemachtet oder sowas. Na, Mann. Ich habe einen getroffen, aber ich habe auch ein Medikit verschwendet. Ich weiß nicht, ob du noch Pedi noch... Ich habe keine Muni mehr, das gibt es doch nicht. Hast du noch M4-Muni? Nein, nein, nein. Scheiße. Ja, dann bin ich gerade aufgeschmissen. Das ist ja blöd. Du musst da weg, dann. Also halt, Lenk, du kannst ja immer noch draufziehen. Ich habe noch M4-Muni gegeben. Komm mal her zu mir. Ja, ich komme rum. Scheiße, ich habe extra wenig mitgenommen, falls du wieder sterben. Das gibt es doch nicht. Hier. Äh, danke. Was? Wieso habe ich den nicht aufgenommen? Obendrauf, er ist obendrauf. Pass auf, der hat eine ganze Waffe... Ein bisschen Abstand wieder vom Haus. Wir haben eine höhere Range. Kannst du um das Haus rumbleiben? Ich versuche, einen Bodenstanz zu gewinnen. Ja, warte, irgendwie ist die Muni bei mir nicht im Inventar gelandet. Die ist in der Waffe drin. Nee, eben nicht. Das ist eine ganze Waffe. Ach so, oh, sagt das auch. Ah ja, jetzt sehe ich. Bori, so. Du bleibst noch am Haus, ja? Ja, ich habe das Dach da im Blick. Ich gehe wieder da rum, wo ich vorhin stand, wo die Seite offen ist. Du schießt auf mich, glaube ich. Ja, ich sehe hier auch keinen. Kaiser hat mich getroffen. Denk an die Medikids. Ja, ja, ja. So, einmal hier auf Dingens legen. Er schießt immer noch auf mich. Kumpel, zeig dich. Auf die Entfernung zu treffen, ist nicht sonderlich einfach, aber geht. Auf dieser Seite lassen sie sich jetzt irgendwie nicht mehr blicken. Ich muss zählen, lügen. Dringend. Scheiß Bär. Scheiße, scheiße, scheiße. Du hängst gerade in dem Two and One. In dem was? Zwei gegen ein. Ich bin noch nicht da. Ach, wo bist du denn hin? Ja, der Bär verfolgt einen ewig, weil hier offen ist. Ja, meine Muni ist auch gleich leer. Ich halte mich hier mal so ein bisschen. Fünf Schuss habe ich noch. Ich habe noch acht. Oh, scheiße, er guckt noch. Nein, oh, scheiße, sie sind jetzt ganz oben. Fuck. Oh, Kacke, habe mich voll erwischt. Scheiße. Bist du tot? Nee, aber die sind jetzt ganz oben drauf. Ich sitze jetzt in der Hütte. Ja, der guckt da runter. Ja, wahrscheinlich wirft er gleich eine Granate oder sowas. Ich sitze hier in der Hütte. Achso. Ich sitze hier in der Hütte. Guckt er noch runter? Er ist wieder jetzt rein, also ein bisschen die Stufen runtergegangen. Er hat einen Treffer von mir kassiert. Er schießt zurück jetzt mit der Sniper. Okay, ich bin jetzt hier direkt am Haus, weil wenn ich zu weit weggehe, sieht er mich wieder von oben. Er muss hier in die Hütte verschwinden, wenn er wieder da von oben rausguckt. Kollege, juhu. Wie viel Muni habt ihr noch? Ehrliche Antwort. Ja, bin nügend. Ja? Dann lohnt es sicher immer noch, euch zu kämen. Wir machen uns jetzt erstmal gemütlich hier drin, ja? Lass es euch zeigen, lass es euch zeigen. Mein Haus ist dein Haus. Gleich kommt der Besitzer. Was macht ihr da? Ist das eine Rampe? Oh, ein Fenster. Das ist aber schön. Zum Glück habe ich noch 100 Wood Planks. Ja. Achso, okay, dann gehe ich wieder auf die anderen Seite. Ey, gleich habe ich keine Muni mehr. Scheiße. Aha, da war wieder die Shotgun. Ich bin um Muni zu. Alter, die haben ja zugemacht. Oh Mann. Ja, ich habe keine Muni mehr. Ich habe noch 8 Schuss. Er ist oben auf dem Dach. Er ist oben auf dem Dach jetzt. Scheiße. Scheiße. Du müsstest die hier halten und ich müsste später wiederkommen. Ja, dann verkrümmel dich ganz schnell unabhängig. Und ich hole uns Munition. Und ich tue so, als hätte ich es wohl drauf. Pass auf. Dann beenden wir den Part jetzt und wir sehen uns. Du musst sie hier halten. Ja, mach es. Hopp. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.